willkommen zurück hier ins hauspark ich habe jetzt mal den xbox 360 kontrolle eingesteckt und hoffe dass es jetzt ein wenig besser läuft mit den furzangriffen das problem ist bloß ich kenne die steuerung jetzt überhaupt nicht so wirklich ok wie komme ich jetzt da oben ok was haben wir noch für quiz offen die mädchen das wir jetzt nicht machen die obdachlosen wir können doch versuchen dass wir nach kanada kommen versteckt spiel die kinder das ist jetzt noch so ein problem ich will gar nicht endlich das haben wieso wir stehen eigentlich jetzt in der gruppe ich sage ich möchte mir erst mal wieder daran gewöhnen hier nämlich erst mal kein wir sollten eigentlich einfach mal alle gebäude noch mal durchsuchen draußen sind die ja nirgendwo ich würde lieber wieder mit das tattoo spielen wollen jetzt sind es auf zwei kinder fehlen uns noch ok da kommen wir nicht an ach jetzt nicht verarschen so wie mache ich mich denn jetzt klein und wie setzt sich das jetzt ein x alles nehmen ok jetzt sind wir hier hinter ach so welcome to the bank is the park would you like to invest money with us today nü sorry kid come back when you have some money to invest obwohl vielleicht smart choice kid first thing we will do is take that money and invest in a colorado tax free municipal bond fund and then give the dividend to my buddy at goldman sachs who give it to his buddy at jp morgan who has a library adjusted cross currency obligation and it's got davon haben wir irgendwie gar nicht habe gedacht vielleicht kriegen wir den noch als freund dann akquiriert wenn wir ihm genug kohle geben so jetzt fiel mir nämlich noch einen wegel haben jetzt mädchen kleidung und dann dürften wir doch selbst der oberste zombie da dürften wir doch theoretisch auf die mädchentoilette kommen beim spielplatz theoretisch sind wir ja noch ein mädchen wir haben ja noch die perücke und so auf so klug jetzt müssen wir bloß noch das finden was uns hier zum mädchen macht ach so ich glaube wir dürfen nee das war nicht unsere mädchen kleidung pyjama um style im ort ist dann haben wir doch hier bestimmt auch was vom styling outfit oder na gut diese dürfen wir dann nicht rein verdammt das ist ja doof na gut dann nehme ich wieder unsere normale ausrüstung wenn ich noch mal wüsste was das war wenn ich das kram stimmt so afro wird noch irgendwas cooles noch gibt bekommen zerstausst ich weiß nicht mehr was das war dann nicht erst mal zerstausst flügel ghoul hufeisen so wo könnte noch ein kind sein beim reichen viertel aber da hatten wir die quest ja schon eigentlich wir müssten dahin wo wir schon überall dirne waren bevor wir die quest mit den kindern bekommen haben da wir hier von links kamen im foto dojo war nix hier waren wir drin in der bank waren wir eben was das hier eigentlich noch mal was das hier eigentlich noch mal da kommen wir immer noch nicht hinter da kommen wir immer noch nicht hinter okay das war die nasen op da drinnen war auch nichts weiter hallo langer ladebildschirm das bedeutet bestimmt nichts gutes zu hat zu den krebsmenschen müssen auch noch runter vielleicht kommen wir zu durch hier becken so da waren wir im friedens turm waren wir auch erst danach stimmt stimmt wie schieß ich ihn jetzt treffen wir gar nichts das ist echt ein bisschen was sie mit dem controller muss ich sagen hallo wieso treffen wir die nicht ich weiß ja nicht mehr wie ich mich jetzt gegen wäre ok ich für die nächste folge werde ich wieder tastatur nehmen jetzt kann man am wenigsten ausprobieren y für ein forts hat klappt einwandfrei ich weiß nicht warum das mit der tastatur nicht geht wir brauchen eine heilung schönen tag ok das ist abwehren so hey haben die sich erhält oder wird doch diese auch wieder wir müssen auf jeden fall irgendwie tacos mal kaufen wieder tschüss na jetzt halt doch mal da an danke ach du lieber scheiße so du brauchst erstmal wieder im trunk ooooh ist das eklig ach du lieber hallo können wir mal wieder auch die scheiße die lebt ja wieder ich glaube es hat scheiß drauf im gonna do my wall dance now that was textbook wir brauchen wieder beliebungs takos so im polizeiquartier da waren wir glaube ich schon noch mal drinnen wieder oder das heben wir uns mal auf ach so was ich noch ausprobieren wollte das geht wirklich der wie sieht hier auch automatisch an in der kirche dürfte ordentlich sender waren wir oft genug hier eigentlich auch nicht dann geht's in den wald ich würde sagen wir machen hier erst mal dann zombies folgendwo ist hin spitze bedanke mich bis dahin